Willkommen zurück zur kurzen Vortragsreihe zu Biologie ausgewählter Orchideen in der Eifel. Das alles natürlich im Rahmen des Moduls BIP010, Biologie der Pflanzen an der Universität Vechta. Und heute geht es um den fünften und letzten Teil, Anpassungen an die Lebensweise. Das waren die fünf Teile, das wissen Sie, und heute der letzte Teil. Ja, Bestäubung und Befruchtung hatte ich im letzten Film schon angesprochen. Die Unterscheidung zwischen Bestäubung und Befruchtung ist natürlich ein sehr essentieller. Also hier die Verschmelzung der Gameten. Und das Ganze, wer sich hier für diesen Bereich der Befruchtung deutlich näher interessiert, da gibt es diesen Film Generationswechsel der Zusammenpflanzen sehr interessant. Und da gibt es viele aufschlussreiche Informationen über die Pflanzen. Das machen wir heute nicht so genau und wir gucken uns eher an, was die Orchideen so betreiben. Das Diagramm können Sie inzwischen lesen. Sie sehen das Tragplatz, Sie sehen die Achse, Sie sehen die äußeren und die inneren Perigonenblätter. Das eine fertile Staubplatz und entsprechend hier verbunden mit dem Fruchtknoten als Gynostemium. Und hier ist der Fruchtknoten, der Fruchtknoten ist Trimär, besteht also aus drei Kapellen. Er ist sogenannte Zönoparacarp und er trägt sehr viele Samenanlage. Das ist hier angedeutet durch diese, ich nenne sie mal jetzt Wolken. Dann haben wir die Bestäubung, das heißt wir haben die Übertragung der Polinien bzw. meist der Polinarien. Die Polinarien kommen dann an die Narbe und der Pollen keimt und wird dann irgendwann die vielen, vielen Samenanlagen befruchten. Hier sehen Sie auch den Grund, warum ganze Polinarien übertragen werden, weil eben auch sehr, sehr, sehr viele Samenanlagen befruchtet werden müssen. Warum das so ist, sage ich Ihnen gleich. Jetzt entwickelt sich also die Frucht, eine typische Kapsel. Hier sieht man die Reste der Orchideenblüte. Hier sieht man den unterständigen Fruchtknoten, der inzwischen sehr dick ist mit der habenden Längsleisten, wo er später auch aufreißen wird. Hier haben wir so eine Kapsel. Wir haben darin hunderttausende staubfeine Samen mit einem Embryo, der wenig ausdifferenziert ist. Hier sieht man, wenn eine Kapsel aufgeht, da sieht man die vielen, vielen staubfeinen Samen, die kilometerweit auch in die Atmosphäre verdriftet werden können. Also wir haben ein Embryo, der wenig ausdifferenziert ist. Wir haben Indigumente, das ist klar, um die Samenanlage drumherum, also um den Samen drumherum und wir haben kein Nährgewebe. Was macht so ein Samen? Der kommt auf den Boden und fängt an zu keimen. Wenn er keimen will, geht das nur mit Hilfe der jüngeren Ammenpilze. Das heißt, der Samen braucht schon bei der Entwicklung zum Keimling einen Pilz, der ihn unterstützt, der ihn also zunächst mal mit entsprechenden Nährstoffen versorgt. Dann entwickelt sich ein Protokoll, das sieht dann so aus, also ein kleines Knüppelchen, ein Keimknöllchen mit Absorptionshaaren. Da geht der Pilz dann ran und dann korrigiert es sehr schnell eine innige Verbindung über. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wie ernährt sich der Keimling? Sie sehen, der hat keine Keimblätter und nichts. Der ernährt sich zunächst mal rein vom Pilz. Man nennt das eine Myko-Heterotrophie. Initial deshalb, weil es eben die Keimungsphase betrifft. Das heißt hier, das weiß man natürlich sehr genau, die Pilzhüfen, die werden abgebaut von der Orchidee und die Abbauprodukte sind dafür da, um den Orchideen-Keimling, also das Protokoll hier zu versorgen. Die Dauer des Protokoll-Stadiums ist sehr unterschiedlich. Das kann wenige Wochen betragen, kann im Einzelfall aber auch mehrere Jahre betragen. Das ist natürlich sehr interessant. Also hier kann es sehr lange dauern, ehe überhaupt irgendwas oberirdisch erscheint. Da komme ich gleich nochmal näher darauf zu sprechen. Kommen wir also jetzt zu der Lebensweise nach der Keimung. Es gibt drei Typen, die man bei Orchideen unterscheiden kann, wie die Orchideen leben nach der Keimung in Bezug auf die Ernährung. Grundsätzlich leben Orchideen in Mitteleuropa terrestrisch. Das ist in anderen Ländern anders. In Asien und Südamerika leben viele Orchideen auch epiphytisch, also aus Aufsitzerpflanzen. Das haben wir in irgendeiner Folie auch mal ein bisschen erläutert. Soll uns aber hier nicht interessieren. Für uns ist hier die terrestrische Lebensweise interessant. Und da gibt es eben drei verschiedene Typen der Ernährungsform. Das erste, was man so weitläufig kennt, ist die Autotrophe Ernährung. Also Entwicklung grüner Blätter. Wir machen Photosynthese. Und zusätzlich gibt es eine Symbiose mit Pilzen, die Mykorrhiza. Darauf komme ich später nochmal genauer zu sprechen. Aber zunächst mal das, was viele, viele grüne Pflanzen eben so machen. Als Typus für eine solche Ernährung nehmen wir hier mal das gefleckte Knarbenkraut, Dactylorica maculata. Das ernährt sich so. Aber ehrlich gesagt müssen wir über Ernährung ein bisschen genauer reden. Zwei Minuten einfach nochmal zur Wiederholung, zum Verständnis, was Ernährung eigentlich bedeutet. Ernährung bedeutet einerseits die Kohlenstoffquelle. Andererseits die Energiequelle. Und drittens die Elektronenquelle zur Reduktion irgendwelcher Stoffe, die wir aufbauen wollen. So. Und hier haben wir alle Begriffe, die es gibt. In Bezug auf Kohlenstoffquelle kann man Autotroph oder Heterotroph sein. Das kennen Sie aus der Anfängervorlesung. Energiequelle Chemotroph, also Energie aus der Chemie, chemische Umsetzung. Oder Energie vom Licht, Phototroph. Und dann den Nährungszug auf die Elektronenquelle. Fangen wir hinten an. Hydrotroph ist relativ einfach aus dem Wasser. Das machen die Pflanzen bei der Photolyse des Wassers. Haben wir in der Botanik schon längst erklärt. Organotroph. Das machen wir zum Beispiel, indem wir chemische Stoffe abbauen und dabei Elektronen gewinnen, mit denen wir andere Stoffe reduzieren können. Oder Lithotroph. Da holt man die Elektronen aus irgendwelchen anorganischen Verbindungen. Mal ein paar Beispiele zur Auffrischung, damit man weiß, was Ernährung so bedeutet. Mal so ein ganz schweres Beispiel am Anfang. Macht manchmal Spaß, wie ich finde. Die Milchsäurebakterien. Also wenn ich Quark, Joghurt und Ähnliches herstelle. Übrigens geht das auch in der veganen Variante genauso. Dann habe ich Milchsäurebakterien. Und die sind zunächst mal Heterotroph. Das heißt, wir haben Glucose, das wir den Organismen zu fressen geben. Und das wird abgebaut zur Brenztraubensäure. Das wird dann zur Milchsäure umgewandelt. Kohlenstoffwelle ist klar, ist Glucose. Ist also entsprechend Heterotroph. Die Energiequelle entsteht durch die chemische Umsetzung. Ist also Chemotroph. Und die Elektronenquelle, auch das ist klar. Bei der Umsetzung von Glucose wird Elektronen frei. Und das ist Organotroph. So kann man also die Ernährung für alle Organismen beschreiben. Und was machen wir Tiere? Wir ernähren uns Heterotroph in Bezug auf die Kohlenstoffquelle. Wir ernähren uns Chemotroph, indem wir organische Verbindungen umsetzen. Und wir ernähren uns Organotroph, um da die Elektronen aus den organischen Verbindungen herzuholen. Das soll genügen, damit wir wieder so ein Gefühl haben dafür, was Ernährung ist. Weil das brauchen wir gleich, um die verschiedenen Orchideen auch zu verstehen. Und dann gehen wir zurück zu unserer Orchidea. Die ist also Autotroph, habe ich da jetzt so hingeschrieben. Ist aber natürlich nur eine halbe Wahrheit. Weil die Kohlenstoffquelle ist Autotroph. Die Energiequelle ist Phototroph. Und die Elektronenquelle ist Hydrotroph. Die Elektronen kommen aus dem Wasser. Photolyse des Wassers. Schauen Sie sich die Photosynthese nochmal an. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Weil jetzt vielleicht anspannend zu werden. Es gibt drei Typen der Ernährungsweise. Die Autotroph haben wir es gesagt. Der zweite Typ ist Mixotroph. Hier haben wir also Pflanzen, die grüne Blätter haben. Aber die gleichzeitig auch in irgendeiner Form Heterotroph sind. Zunächst mal der Begriff Mixotroph. Das ist eine Wortmischung aus Mixis und Trophos. Also mich ernährend. Wir haben also Autophotohydrotroph Ernährung durch die grünen Blätter. Durch Photosynthese. Und wir haben Heterochemo Organotroph Ernährung durch die Heterotrophie. Indem wir Pilzhüfen abgebaut haben. Also wir haben jetzt keine initiale Myko-Heterotrophie. Sondern wir haben eine partielle Myko-Heterotrophie. Die das ganze Leben weiter so bleibt. Schönes Beispiel dafür ist das bleiche Waldvögelein. Das wir auch in Eifel hundertprozentig finden werden. Und ich muss das ein bisschen erläutern. Es gibt einige schöne Arbeit von Gebauer und anderen Leuten auch. Über diese Myko-Heterotrophie. Und es gibt eine Reihe von sehr schönen Daten. Und das muss ich mal ein bisschen erklären. Weil das interessant ist. Man hat also 15N und 13C Isotope den Pilzen zu fressen gegeben. Und hat eben geschaut. Wie kommen denn diese Stoffe dann rüber in die Orchideen rein. Man hat verschiedene Waldtypen benutzt. Buchenwald und Eichenwald. Und hat dann entsprechend diese Methode sehr sorgfältig durchgeführt. Und hat eben geschaut. Nach einer gewissen Zeit. Wie viel von diesen Stoffen 15N und 13C. Die man bei dem Pilz ja eingeimpft hat. Kommen denn dann nachher hier bei der Orchidee an. Und das sind immerhin im Prozent Stickstoff 80 oder 94 Prozent. Und beim Kronenstoff 85 oder 49 Prozent. Also ein gewisser Anteil, die Hälfte oder noch mehr. Wird eben durch die partielle Myko-Heterotrophie erzielt. Übrigens benachbarte Pflanzen, die rund um diese Cephalontera damasonium standen. Die hatten diese Werte eben nicht. Also die Pflanze kann aktiv das Mycel, die Hüfen des Pilzes abbauen. Und so Stoffe gewinnen. Das ist erst in den letzten Jahren so richtig deutlich kularbiologisch auch festgestellt worden. Tolle Arbeit, wie ich finde. Und für uns auch sehr interessant. Und warum ist das wichtig? Naja, in dem Moment, wo die Pflanzen in der Lage sind, unabhängig vom Licht zu werden, können die auch bei dunkleren Bedingungen, man sagt ja schön lichtlimitierten Bedingungen, deutlich besser wachsen. Die können tiefer in den Wald vordringen und stehen oft an sehr, sehr schattigen Stellen, wo wir uns oft schon gefragt haben, wie schafft die Pflanze hier genügend Licht zu kriegen, um Polizothese zu betragen. Inzwischen wissen wir, die bauen einfach bestimmte Hüfen ab. Der dritte Typ ist dann Myko-Heterotroph. Das heißt, wir haben gar keine grünen Blätter mehr, sondern die Pflanze lebt eben nur noch von dem Abbau der Pilzhüfen. Hier als schönster Beispiel bei den Orchideen Neothea, Nidus Avis, die Vogelnestwurz. Auch die gibt es an verschiedenen Stellen der Eifel. Auch die haben wir in den letzten zehn Jahren jedes Jahr gefunden. Ich bin also auch sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr finden. Das heißt, wir werden alle drei Lebens- oder Ernährungstypen finden können. Zur Myko-Heterotrophie muss ich den Begriff Saprophyten erwähnen. Das war immer so dieses Phänomen, ja Neothea lebt als Saprophyt, ähnlich wie ein Pilz. Also man ernährt sich von totem organischem Material. Das habe ich noch tatsächlich als Student so gelernt, ist aber nicht aufrechtzuerhalten. Bislang ist keine einzige Pflanze bekannt, die totes Organismaterial zur Ernährung benutzt. Pflanzen nutzen, jedenfalls nach bisherem Kenntnisstand, kein totes Organismaterial. Auch das ist ein klarer Begriff. Die Vogelnestwurz ist also ein Schmarotzer. Damit sind wir beim nächsten Punkt, Schmarotzer. Schmarotzer sind parasitäre Pflanzen und es gibt die Vollschmarotzer und die Halbschmarotzer. Holoparasiten oder Hemiparasiten. Die Voll- oder Holoparasiten haben kein Chlorophyll, keine grünen Blätter. Und die ernähren sich vollständig vom Würz. Die Halbschmarotzer haben noch Chlorophyll, bzw. Blätter, grüne Blätter. Und die bekommen vom Würz Mineralien und Wasser. Es gibt spezielle Saugerorgane in beiden Fällen, Dungelhaustorien. Und hier haben wir oft eine hohe Würzspezifität. Und die hier sind wenig wirzspezifisch. Schmarotzer gibt es eine sehr schöne Familie in der Eifel, die Orobancia 10, die Sommerwurzgewächse, von denen wir eine Reihe sehen werden. Und darum gibt es jetzt hier die nächsten Einschub, innerhalb des Einschubes sozusagen, nämlich die Orobancia 10. Einmal kurz erläutert, es gibt da Hemiparasiten und Holoparasiten. Und wir werden vier wichtige Gattungen in der Eifel sehen. Die Sommerwurz, das Läusekraut, der Klappertopf und der Wachtelweizen. Fangen wir mal mit den Sommerwurz. Da haben wir bisher zwei Arten gefunden. Orobancia rapum genistei und Orobancia cariophyllacea. Die sehen so aus. Ziemlich bleiche, relativ bizarre Gestalten. Sie sehen so ein bisschen aus wie vertrocknet vom vorigen Jahr. Sind aber tatsächlich blühend. Zur Zeit in voller Blüte. Und ich hoffe auch dieses Jahr, dass wir von diesen hübschen oder außergewöhnlichen Pflanzen Exemplare sehen werden. Die Entwicklung, auch das muss man mal eben erzählen. Sie haben genauso noch kleinere Pflanzensamen, als die Orchideen sie haben. Und auch hier ist nämlich das gleiche Phänomen. Wir brauchen die Wirtspflanze. Also muss ich eine riesen Menge an Samen ausstreuen. Um darauf zu hoffen, dass ich denjenigen oder dasjenige finde, wodurch ich keimen kann. Bei den Orchideen, die müssen halt den Ammenpilz suchen. Und hier, die müssen halt ihre Wirtspflanze suchen. Und die Keimung entsteht dann, wenn bestimmte Stoffe, Strigolaktone, die von den Wirtspflanzen ausgeschieden werden, erkannt werden. Und dann keimen diese kleinsten Samen hier und wachsen dann direkt zum Wirtswurzel. Dringend ein, bilden ein Astorium. Und dann machen sie eben ein Protokorm. Das nennt man natürlich hier wieder anders. Tuberkelstadium. Gar nicht so wichtig. Aber das ist der erste wichtige Schritt. Und in dieser Phase kann nun die Pflanze mehrere Jahre unterirdisch sich entwickeln. Keine Chlorpasten. Keine Photosynthese. Die ernähren sich vollständig von der Wirtspflanze. Und das kann Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis dann irgendwann bleiche Sprosse nach oben entgebildet werden. Die haben dann nur ein paar Schuppenblätter. Und dann haben wir in den Achseln, gibt es dann entsprechend die Blüten. Wenn wir die Pflanze dann vor Ort sehen, schauen wir uns das nochmal sehr genau an. So. Und jede Pflanze bildet über 300.000 Samen. Und dann wieder eine Windausbreitung. Und dann auf der Suche nach dem nächsten Wirts. Schauen wir uns das nochmal an. Hier haben wir Aurobantia rapum genistei. Und hier Cariofilacea. Und Sie sehen schon die Namen Ginstersommerwurz und Nelkensommerwurz. Das ist schon ein deutliches Zeichen darauf, wer der Wirt ist. Sehr wirtspezifisch. Also oben ist es der Besenginster. Und unten Labkräuter oder Nelkengewächse. Also wenn Sie eine Aurobantia sehen und sehen daneben Besenginster, dann können Sie schon mal vielleicht eine kleine Hypothese starten, wozu gehörst du. Hier sieht man schön die Blüten. Also von daher eine sehr interessante und schöne Pflanze. Bleibe ich noch ein bisschen bei den Parasiten. Gehen wir zum Läusekraut. Das haben wir schon bei den Lebensräumen kennengelernt. Sie erinnern sich vielleicht. Das Sumpfläusekraut ist eine sehr schöne Pflanze. Ist inzwischen stark gefährdet. Nicht weil die Pflanze nicht in der Lage wäre vernünftig zu leben. Aber sie braucht eben einen Lebensraum. Und der Lebensraum wird eben deutlich zerstört. Sie haben schöne Lippenblüten. Sie haben eine sehr hohe Transpirationsrate. Wenn Sie also diese Pflanze abpflücken. Was man ja gerne mit Pflanzen macht. Dann werden Sie merken, dass die sehr schnell verwirkt. Die hohe Transpirationsrate ist notwendig, um den Wasserstrom der Wirtspflanze zu übertölpen. Da klingt sich natürlich das Sumpfläusekraut ein. Und muss natürlich eine noch höhere Saugspannung entwickeln, um ein bisschen von dem Wasser und den Nährstoffen der Wirtspflanze abzukriegen. Ein anderer Halbparasit ist Renanthus, der Klappertopf, den wir überall auf den Magerrasen finden werden. Das ist die Pflanze im blühenden Zustand. Ist eine einjährige, krautige Pflanze. Hat sehr wenig Wurzeln. Hat Haustorien. Hat eine erhöhte Wasserverdunstung. Also auch hier eine hohe Transpirationsrate. Und das Ding heißt Klappertopf, weil der Kelch, hier sieht man den Kelch im grünen Zustand. Der Kelch bleibt also erhalten, auch im fruchtenden Zustand. Man sagt dazu persistierender Kelch. Und da drin ist die Kapsel. Und in Kapsel liegen die Samen. Und wenn man jetzt mit den Stängeln schüttelt, dann klingt das so ein bisschen wie ein klappernder Topf. Auch das werden wir uns der Eifel nochmal genauer angucken. Und eine dritte und letzte Gattung, auch die sollten wir mal kurz erwählen. Melampyrum. Auch das der Wachtelweizen oder der Wiesenwachtelweizen. Ist ebenfalls ein einjähriger Halbischmarotzer. Halbischmarotzer findet man immer wieder. Ist ja, ich finde ihn schon recht gut aussehend. Hat eine schöne Maskenblume, wo Hummel das Ganze beschreiben. Das Zeug ist giftig. Würde beim Pressen auch sich schwarz färben. Warum das Wachtelweizen heißt, weiß ich nicht. Es gibt ein paar Hypothesen darüber, aber die sind mir alle nicht wirklich glaubwürdig. Von daher sage ich lieber gar nichts dazu. Also diese Pflanze werden wir sehen. So haben wir ein bisschen die Parasiten mal festgestellt. So sind jetzt nicht nur die Orchideen, sondern auch eben die Orobancher zählen. Und können jetzt wieder zurückgehen zu den Orchideen. Und dazu brauche ich den Begriff Epiparasiten. Die Epiparasiten sind Organismen, die ein anderes Lebewesen ausbeuten. Aber dabei die Vermittlung eines dritten Partners brauchen. Dieser Begriff ist in den 1960er Jahren entwickelt worden beim Fichtenspargel. Und es gibt zwei schöne Beispiele für Epiparasiten. Das eine ist der Fichtenspargel. Eine Erika-Zee, Monotropa hypopitis. Die wir unter Umständen der Eifel auch finden. Aber das ist schon richtig Glück, dass es in den letzten zehn Jahren zweimal passiert. Aber vor allen Dingen unsere Vogelnestwurz. Hier sieht man nochmal den Fichtenspargel, auch so ein bleicher Geselle. Und hier eben die Vogelnestwurz. Und mit der beschäftigen wir uns Nähe. Das, was eine Orchidee ist, so ganz nebenbei. Sehen Sie, hier ist das Gynosemium. Hier ist die Lippe, das Labellum. Und hier sind die anderen Perigomblätter. Es ist nicht die größte Schönheit im Orchideenreich. Das sehe ich auch. Aber es ist mit Sicherheit die interessanteste Orchidee in unseren Breiten. Das hatten wir eben schon. Mykoheterotroph. Also alle Nährstoffe kommen vom Pilz. So weit, so gut. Hier sehen Sie das Kryptokorm von Neotia. Also wenn man es ausgräbt. Der unterirdische Bereich. Kryptoverborgen und Kormus. Also ein verborgener Kormus. Der sieht so aus mit vielen dicklichen Wurzeln. Die Pilze selber sind Partner von Bäumen. Sie kennen das ja. Die Pilzbaumbeziehung Symbiose. Ectomycorrhiza. Das ist Ihnen nicht neu. Hier mal ein sehr schönes Bild von Wikipedia. Vielen Dank an Ellen Larsen für dieses tolles Foto. Hier Feindwurzel eines Baumes. Also das ist nicht eine Orchidee. Der hat irgendeinen Baum. Und da dieses weiße Gespinst. Das ist die Ectomycorrhiza. Das machen Pilze mit Bäumen grundsätzlich. Und jetzt konnte man nachweisen. Dass das was Neotia aufnimmt vom Pilz. Eigentlich vom Baum stammt. Was ja klar ist. Wenn Sie einen Ectomycorrhiza haben. Von Baum und Pilz. Und der Pilz kriegt seine Kohlenstoffe vom Baum. Und der gibt die dann weiter an die Orchidee. Dann haben wir also hier eine Dreierpartnerschaft. Oder eben der andere Begriff ist Epiparasitismus. Finde ich schon sehr beeindruckend. Immer dabei denken. Der Pilz ist dabei nicht nur eine Brücke. Sondern die Pilzhüfen. Also die Hüfen, die in das Wurzelgebe einwachsen. Werden von der Pflanze getötet. Und entsprechend verdaut. Wenn man das Ganze nochmal zusammenfassen möchte. In einer Art Schema. Dann fangen wir mit der ersten Ernährungsform an. Die Autotrophie und die Mycorrhiza. Dann hätten wir eine grüne Orchidee. Die betreibt Prosynthese und Stickstoffassimilation. Und versorgt sich im Grunde mit allen wichtigen Stoffen selbst. Dann gibt es natürlich eine Mycorrhiza. Also eine Verbindung oder eine Symbiose mit Saprotrophenpilzen. Die eben den Boden ausnutzen. Den Humus ausnutzen. Und so gibt es einen gewissen Austausch von Mineralien und Wasser. Und Assimilaten in die verschiedenen Richtungen. Das ist der typische Fall, den wir bei Pflanzen. Und bei der Gesellschaft mit Pilzen ja oft haben. Der zweite Typ war eben Autotrophie und Myko-Heterotrophie. Hier ist also eine Mixotrophie. Eine Mischernährung. Also wir haben zum einen die Mycorrhiza-Pilze. Die eng assoziiert sind mit dem Baum. Als Ektomycorrhiza. Hier gibt es Photosynthese und Stickstoffassimilation. Hier wird der Boden aufgeschlossen. Und die beiden tauschen sich herrlich aus. Wie es eben so üblich ist. Dann haben wir die Saprotrophenpilze. Die sicherlich eine Rolle gespielt haben bei der Keimung der grünen Orchideen. Die aber jetzt selbstständig sind. Aber die haben offenbar einen Pilzwechsel gemacht. Was hier genau passiert zwischen Saprotrophenpilzen und grünen Orchideen. Das weiß man noch nicht so genau. Aber was man inzwischen weiß durch die Arbeiten von Gebauer und Co. Das sieht man hier ganz schön. Dass die grünen Orchideen die Myko-Heterotrophie betreiben. Durchaus einen beträchtlichen Anteil an organischem Stickstoff und organischem Kohlenstoff. Hier von den Mycorrhiza-Pilzen konsumieren. Was mit Mineralien im Wasser ist. Das ist noch nicht vollends geklärt. Ob das über die Pilze auch kommt. Oder eben dort von der Pflanze selber geregelt wird. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Vorteil der ganzen Situation ist natürlich, man wird lichtunabhängiger. Und dann der Extremfall, die Myko-Heterotrophie. Hier haben wir also die Mykorrhiza mit dem Baum. Das ist der Normalfall. Dann haben wir eine bleiche Orchidee. Und wir haben die Saprotrophenpilze. Hier gibt es offenbar keine Verbindung. Vielleicht ist die initiale Myko-Heterotrophie über Saprotrophenpilze. Das weiß man nicht so ganz genau. Was man aber inzwischen weiß ist, dass die bleiche Orchidee, also Neotia in dem Fall, von diesem System hier, von Mykorrhiza und Baum, alles erhält, was diese Pflanze braucht zum Überleben. Und wir haben hier ein wunderbares Dreieckssystem. Oder einen sogenannten Epiparasitismus. Eine tolle Sache. Und wenn wir in der Eifel sind, dann werden wir, wenn wir diese drei Pflanzen uns anschauen. Dactyluriza, Cephalantera und Neotia. Dann werden wir uns an die Ernährungsweise erinnern. Autotroph, Mixotroph und Heterotroph. Das ist eine spannende Geschichte, die wir hier als Hintergrund zu Orchideen nochmal zeigen können. Und damit einhergehend kommen wir nochmal auf Hemiparasiten und Holoparasiten zu sprechen. Auch da haben wir wunderbare Beispiele. Es gibt in Orchideen nicht eben nur normale Pflanzen, sondern eben auch Hemiparasiten wie Cephalantera und Holoparasiten wie die Orteanidus Avis. Und wir haben eine zweite Familie. Auch das sollte man nicht vergessen. Auch das ist sehr interessant. Die Orobanscher sehen mit Hemiparasiten wie den kleinen Klappertopf, den wir oft sehen werden. Und mit Holoparasiten wie Orobanscher. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie oft wir die sehen werden. Das war's, der kurze Einblick in die Orchideen der Eifel mit den fünf kurzen Filmen. Wir werden das alles vertiefen in der Eifel vor Ort an den Objekten. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das klingt besser hin. Da muss ich gleich nachzudenken sein.